Juhu und alle willkommen zurück zu Let's Play! Tiberium Samen letzten Mal haben wir die bösen Radar-Danlagen von Nutzfeldt gemacht und sagen, jetzt müssen wir Tratios befreien. Auf geht's! Tratos wird in einem Trenius-Hospital in diesem Sektor gefangen gehalten. Vermeiden Sie es, entdeckt zu werden und befreien Sie Tratos aus dieser Anlage. Sobald er draußen ist, kommt ihn, kommt ihn, kommt ihn, kommt ihn, kommt ihn, ein Transporter abholen. Nachdem Tratos in Sicherheit ist, können Sie alle Nord-Truppen in der Gegend ausschalten, um weitere Experimente zu verhindern. Zitat, können sie. Ja, da hat es auch gerade mal in der CD geladen, weil ihr müsst so wissen, dass ich mir da nur in der CD gespielt habe. Ich bin effektiv, damals, als die Spiele noch irgendwie halb auf der CD lagen, warum man das tut. Auf geht's! Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Wir müssen Tratos aus dieser Anlage rausschaffen, aber bitte ganz subtil, zu dem wir entdeckt werden. Ist er so gut wie tot. Okay. Das war's schon. Okay. Ist das ein Kommando? Unten bleiben. Ich glaube, es ist ein Kommando. Gebt mir ein Ziel. Was ist denn scharf? Wollt's ja gar nicht sein. In Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was für eine Einheit das ist. Das ist natürlich Scharfschütze. Das ist ein Kommando. Äh, okay. Was ist das für eine Einheit? Kurzgeschlossen. Verstehe. Bleifuß. Ich habe keine Ahnung, was die kann. Wie viele Schieße sind die? Das ist vielleicht eine Art Spion oder so. Keine Ahnung. Was soll ich tun? Was denn? Was denn? Verstehe. Bleifuß. Ich glaube schon. Wir müssen Tratos aus dieser Anlage rausschaffen. Aber bitte ganz subtil. Wenn wir entdeckt werden, ist er so gut wie tot. Okay. So, ganz subtil. Was soll ich tun? Ja. Wo darf's hingehen? Na komm. Taxi gefährlich. Ja. Gebt mir ein Ziel. Was denn? Hier drüben. So. Taxi gefährlich. Die zwei Schausschütze. Wird erledigt. Das könnte jetzt Ärger geben. Jederzeit. Jederzeit. Ja. Reden Sie mit mir? Ja. Reden Sie mit mir? Ich glaube schon. Gebt mir ein Ziel. Aber es ist nicht so leicht. Weil die Einheiten nicht so ganz mitmachen, wie ich will. Ah, das ist ein Ghost-Worger schon da gerade da. Wie heißt die Einheit? Spion? Oder? Ich habe keine Ahnung. Infiltrator wahrscheinlich oder sowas nach. Was soll ich tun? Hier drüben. Was denn? Okay, dann nicht genau wie immer. Sonst einmal ich die ganze Karte durchkämpfen, um dann von hinten. Okay. Wenn die Maute oben kleiner wird, das ist lustig, ihr Effekt. Egal, äh, siehe was bitte weiter. Gib mir einen Befehl. Ich brauche nur einen Schuss. Okay. Ich glaube, es ist ein Missions-Fake gerade. Weil der abgehauen ist, der uns gesehen hat. Reden Sie mit mir? Unten bleiben. Hier drüben. Ja. Reden Sie mit mir? Hier drüben. Jederzeit. Was denn? Ja. So. Gib mir einen Befehl. Okay. Schon fast da. Unten bleiben. Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, er ist offenbar zumindest uns nicht peinlich gesinnt. Das wie? Was soll ich tun? Unten bleiben. Ich habe nur einer, wenn der es nicht weiß, was ich machen soll. Hahahaha. Nimm ich den Typen. Ja, nicht weiter. Das ist doch auch ein halber Mutant, oder? Halt, nein. Warte, das ist der GTI-Typ. Kann das sein? Schon verstanden. Schon verstanden. Und dann ist das die Tante wahrscheinlich aus der Cutscene. Unten bleiben. Okay. Die Tanteinheiten sind Not-Einheiten. Die Scheinwerfer. Unten bleiben. Okay. Okay, dann gehen wir mal da hin, ne? Gebt mir ein Ziel. Ja. Hier drüben. Eins. Ja, eins. Ich bin zu doof, Tasten zu drücken. Tatschen. Ja, da geht's nicht weiter, Geist, ne? Ich glaube, das war so ein Zeichen. So tötet die, oder keine Ahnung. Hier drüben. Taxi-gefällig. Ist das eine eine, die ich kontrollieren kann, oder wie? Reden Sie mit mir? Ah, die gehört zu den Ghost Walker dazu. Deswegen nennt sie eine. Das ist so ein NPC, oder wie? Ja. Wo darf's hingehen? Was denn? Was denn? Gib mir einen Befehl. Hier drüben. Okay. Dann fand ich eigentlich voll die Story der Männer, die ich hier nicht mitbekomme, weil... Also nicht, die nicht erklärt wird. Oder so. Ich habe ja eine... Einheiten übernehmen kann. Gebt mir einen Befehl. Taxi-gefällig. In Ordnung. Schon verstanden. In Ordnung. Was soll ich tun? Okay. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun werden, ist einmal speichern. Gott, das Spiel. Äh. Hier drüben. Was denn? Ja. Ja, komm. Geh schnell kaputt, Mann. Okay. Ja, dann gehen wir halt oben lang, ne? Ist mir eigentlich fest drin. Was soll ich tun? Hier drüben. Taxi-gefällig. Wozu braucht diese Einheit? Reden Sie mit mir? Hier drüben. Okay, jetzt mal Sibis-Sam. Hahahaha. Oder nicht Sibis-Sam. Wir müssen die Straße lang. Oder wir müssen unerfällig sein. Unerfällig an diesem Scheiß vorbei. Are you kidding me? Wie? Wie? Ich sehe eigentlich aktuell nur, dass das Ding heute kaputt macht. Eigentlich haben wir noch es brechen. Nein. Schon verstanden. Jederzeit. Schon verstanden. Schon verstanden. Wenn ich entscheiden, wenn ich reingehaufe, ist es quasi aus, ne? Okay, die 1 ist die 2. Kommando und die 1 ist einfach nur eine krasse Einheit. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. So, ich darf halt Einheit nicht verlieren, ne? Das ist hoffentlich klar. Schon fast da. Schon verstanden. Schon verstanden. Wird erledigt. Schon verstanden. Gib mir einen Befehl. Kaputt machen. Ich würde gerne meine Einheiten heilen können. Okay, die 1... Das ist immer noch so eine Art Scharfschürze. Störb halt. Okay. Hier drüben. Kannst du den heilen? Heilen. Erstmal... What the fuck? Wie soll ich denn an dem Fahrzeug vorbeikommen? Was denn? Und vor allem, wie soll ich denn an dem Chasturm vorbeikommen? In Ordnung. Gib mir einen Befehl. Das ist zu leicht. Nur darf es hinter. Ich hätte ja gerne einen Medic dabei, um die Einheiten zu heilen. Gibt es ja so wie irgendwie irgendwo diese Kisten rum, mit denen man sich heilen kann. Nö, offenbar nicht. Okay, mit damit... Weil wir eine abartige Reichweite haben, können wir nicht einen Tower kaputt machen. Gib mir ein Ziel. Schon verstanden. Das macht quasi nichts. Okay, lassen wir das, ne? So muss man hier von der anderen Seite. Da hingehen. So, Ghost Walker. So, Ghost Walker. Hier drüben. Ja, das geht. Das funktioniert. Wir mussten nur unseren Tiberium-Freund opfern. Ja, komm. Easy man. Die kaputt. This may take a while. So. Ja. Tue ich. Schon fast da. Ja. Nur darf es hingehen. Ja. Okay. Ja. Nur darf es hingehen. Was denn? Oh boy, wir speichern mal. Ui. Uiuiuiui. What the fuck? Hier drüben. Was denn? Äh, okay. Einheiten, die böse sind. Reden Sie mit mir? Ja, tue ich. Ähm. So groß war das wahrscheinlich. Was soll ich tun? Einsatz fehlgeschlagen. Ich hab die meiste Einheit ausgewählt. Ja, komm. Ähm. Ist okay. Ähm, ja. Gefechtskontrolle sind übergeben. Bitte warten. Okay, easy play. Ähm. Also. Das war schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Okay. Perfekt. Was war da eben gerade so schwer dran gewesen? Gib mir einen Befehl. Hier drüben. In Ordnung. In Ordnung. Okay. Nur darf es hingehen. Wer ist das? Ist das Wagenknecht? Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass mir für die Linke mein Commander Combo mitspielt. Ähm. Ja gut. Wie komme ich da jetzt unbemerkt rein? Außer sie halt zu töten. Gib mir einen Befehl. Hier drüben. Blaues Tiberium. Gib mir einen Befehl. Schon fast da. Unten bleiben. Gebt mir ein Ziel. In Ordnung. Jederzeit. Und verloren. Ja okay. Einsatz fehlgeschlagen. Wir müssen wahrscheinlich in die Ecke rein. Ist okay. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. So. Ähm. Was soll ich tun? Schon fast da. Unten bleiben. Gebt mir ein Ziel. So. In Ordnung. Was denn? Okay. Schon fast da. Unten bleiben. Ja. Wir gehen da von der Ecke lang. Was denn? Schon fast da. Rezile? Na kommt. Fuck. Wie wählt denn der aus? Zeit läuft. Ich brauche nur einen Schuss. Der Prügel ist jetzt wichtig, glaube ich. Kurz geschlossen. So. Da rein, ne? Geht's über mir? Unten bleiben. Unten bleiben. Hier drüben. Gib mir einen Befehl. Okay. Hier drüben. Noch drei Minuten. Verstanden. Schon verstanden. Gib mir einen Befehl. Was denn? Verstehe. Bleib hoch. Ja. Entschleunigen das mal. Etwas. Und speichern. Nur um rauszufinden, was ich eigentlich tun muss. Denn ich weiß es nicht. In Ordnung. In Ordnung. Was denn? Taxi gefällt. Kurz geschlossen. Zeit gestoppt. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Jederzeit. Wo darf es hingehen? Reden Sie mit mir? Hier drüben. Zeit gestoppt. Grün wird braun. Bau abgeschlossen. Gefechtskontrolle wird übergeben. In Ordnung. Ach, deswegen haben wir verloren. Weil ihr jetzt stirbt. Lieutenant Spark hier. Die haben gelandet und erwarten Tratos zur sofortigen Evakuierung. Bringt ihn rüber. Schnell. Okay, ähm, wir müssen die anders langlaufen, ja. Wir müssen die anders langlaufen, Gassen. Ja, bin ich. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Hier drüben. Ja, in Ordnung. Zeit gestoppt. Zeig mir den Weg. Grün wird braun. Bau abgeschlossen. So, jetzt gehen sie nämlich alle oben lang. Jetzt können die einen ganz entspannt da hingehen. Wir sind gelandet und erwarten Tratos zur sofortigen Evakuierung. Bringt ihn rüber. Schnell. Wir müssen Tratos zum Transport weiterbringen. Das klingt jetzt erstmal nicht so schwer. So, wir speichern erstmal, weil wir es geschafft haben, dass er rausgekommen ist, ohne dass er stirbt. Was haben wir denn jetzt für Einheiten? Was können wir da mitmachen? Nichts. Okay. Gut zu wissen. Gib mir einen Befehl. Unten bleiben. So, Tratos. Du bist der grüne Typ, ne? Zeig mir den Weg. Du gehst schon mal hier hin. Hier drüben. Schon verstanden. Was soll ich tun? Das ist zu leicht. Kotz geschlossen. Was soll ich tun? Was denn? Schon verstanden. So. Easy play, man. Easy play. 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 So, voll hart in Slowmotion, aber es ist mir ecker. Wie hier stehen und nichts passiert. Wobei, Rennen ist toll. Wo darf es hingehen? Ich speichere nochmal ganz kurz. Wo ist irgendwelche krasse Scheiß passiert? Was? Was? Pfeile vom Himmel. Wo darf es hingehen? Ja, gewonnen, oder? Easy play. Easy play. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Perfekt. Und jetzt? Was ist, was ist. Ich bin mal.